Und ich war trumper springt so gut, so Wo bist du? Ach, darfst du? Was soll ich eigentlich so machen? Und dann so... Bata bap, jetzt! Niemand Jupp was machen wollte Und Leute, ähm, bitte schreibt mal in... Wenn schon jemand am Start ist, schreibt bitte, ob ihr alles gut hört und so. Ich hoffe, man kann dich ja machen. Oder? Ja, vielleicht... Ach! Ich hab den ganzen Kreuz, oder... Ja, ich hab... Ja, ich hab... oder... Ich hab... Hab jetzt sehr so verrecken, beim ersten Mal, weil ich jetzt nur schaum musste... Ah, so... Ah, so... Zone macht Druck, Zone macht Druck. Zone macht Druck. Eben ist auch wieder ein bisschen okay, aber nicht... aber ich bin dazu los für alle los der riebe er kommt was geht mehr vor das gefühl dem esel aber er das gefällt mir auch zu sehen ja ich habe den kinder bekommen der erste zuschauer auf jeden fall dann kriegen kannst du auch gerade aus irgendeinem grund wieder könnt ihr euch noch erinnern damals gab es jetzt eine zeit wo fort mann die pink ist irgendwelche probleme mit den pinks hatte ja am anfang wie ich ja auf pc gespielt hatte ich immer so zweierpil und so und jetzt habe ich immer durchgehen auch wenn ich nicht so 20er 30er pink wenn die anfangs zum film geht der hoch auf 40 50 8 ich muss ja was du lager sie verschwankt die ganze Zeit 35 und 50 so ich habe dauer ja ich sage jetzt völlig du willst doch wissen warum Ja, weil so eine Barmungsleitung so kreis ist. Hast du mir gerade die selbe Idee? Tschüss! Geno! Ich brauchst die Leiter! Oh Junge! Ey, du bist slow! Geh ich nicht! Doch! So ne! Nein! Warum? Ich kann mich nicht trauen. Darf ich selbst schon wieder durch Fallschaden? Nein, nein, nein! Um! Sehen wir nicht gegen Jass! Tanzt! Tanzt! Oh! Hast du die Kammerfelle? Nein, 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 nein! Ich hab 8 HP, 8 HP! Er will die Pickaxe, das seh ich jetzt schon! Ich bin sehr slow! Ach, der ist Christ zu Pickaxe! Ah! Ich hab Versagen! Junge! Ich hab's! Bei mir hat's so hart geleckt! Und dann konnte ich nichts mehr machen und so! Ja, und ich lag da so raus! Und auf einmal so! Und dann... Ich war ja da die ganze Zeit drin und ich sterbe auch im Lagen dafür! Toller Pink by the way! Ich kann ja auch keine Fallen lesen, weil ich nicht nur eine Frau will nicht an! Traut sind tolles Spiel, Kappa! Karma! Was für Karma sagt ich! Ich hab einen gelben Fall, einen gelben Fall nach unten und ein großes Kreuz gerade! Ja! Mini, meine Lieblingswaffe! Was hast du? Achso, das heißt, dass gleich den WLAN abkacken wird und du gleich einen Server Crash haben wirst, höchstwahrscheinlich! Dann hast du kurz Bambus-WLAN! Das heißt, Bambus-WLAN regelt! Ich konnte nicht! Nee, nee! Und, Elias, auch hier nicht! Ich hab schon wieder einen Rocket Launcher! Ich komm jetzt in den Launcher! Ich komm jetzt in den Rocket Launcher! Was kann man jetzt jetzt machen? Ach, 300 bis zu Karte! Lücke, Brücke getrappt! Was, er war eine Hitze? Ist er getrappt? Ach ja. Wie zum WLAN getrappt! Und wenn man mit dem winning Team weitergeht zu schaffen ist, Was? Er war eine Hitze?! Und wir haben noch einmal eine Hitze! Es war so eine Hitze! Er hat einfach gewonnen! Er hat einfach gewonnen. Easy kill. Stream dich weiter. Also ich stream, das war's ja. Easy kill. Easy kill. Easy clap. Nein. Husten regelt. Was? Husten regelt. Nein. Als ob. Du bist einfach nur ein Keck. Hallo. Wenn ich dich nicht sehe, dann siehst du mich nicht. Hast du ja letzt mal auch gesagt? Ja. Er ist am Ende verreckt. Junge. Ich stream doch immer. Also wir streamen eigentlich gerade noch. Hallo. Er kommt von hinten. Ich bin einfach der bessere Spieler. Oh Gott. Einfach YouTube gewöhnt. Chris gewinnt das Spiel. Und du hast mich in einem anderen Runde gewonnen. Oh nein. Komm, jetzt geht's. Genau. Und schlagen. Ja. Nur privat. Privat check. Elias, wo bist du? Ja, hab ich doch gesagt. Warum bist du jetzt? Oh, easy kill. Easy clap. Easy clap, ja genau. Easy plap. Easy plap. Oh mein Gott. Ich hab die Waffe nicht. Easy clap dich jetzt. Klammer Kek. Ich clap den Kek. Ist das auf PC? Nö, nö. Ich bin auf Xbox. Wirklich. Ich geh das mal raus. Warum komm ich jetzt nicht rein? Hallo? Ja, ich komm nicht mal wieder rein. Ja, was? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh ja. Oh ja, ich triff trotzdem keinen Schuss, lol. Oh, du musst los. Warum geht das nicht? Weil wir gerade spielen. Wie muss ich das spielen? Ich mach jetzt, Spielberg. Jetzt. Easy clap ihn jetzt eh. Mach's easy. Schneller. Nein, easy clap muss langsam gehen. Wie schnell bist du gelandet? Wie schnell bist du gelandet? Halt schnell. Schneller als du auf jeden Fall. Komm die zu uns haben. Noch. Bevor er noch gelandet ist. Hey Lara. Wie geht's dir? Sieh genau, ich krieg halt 45 Prozent. Ja, ja. Lol, was war das? Schau mal bitte in den Stream. Was war das? Ja, easy kill. Ähm, Elias, wo bist du? Ich komm nicht wieder rein. Wie gesagt. Ja, ähm, nach der Runde gehen wir kurz Kreativzentrum bitte. Okay, oder? Nein, nein, nein. Einfach raus aus Kreativzentrum. Nein, musst du nicht. Du musst nur einen von uns zum Gruppenanführer machen. Dann kommst du raus. Ah, dann kommst du wieder rein. Nee, mach ich aber nicht. Ich hab wieder mal beides auf Geld. Ich mach noch Gruppenanführer. Sobald du drin bist, war ich nicht wieder Gruppenanführer. Versprochen. Das war jetzt... Ja. Wieso geht's so? Geht trotzdem. So warte ganz kurz. Ah, warte. Bist du mit dem Zentrum oder generell in der Lobby? In der Lobby. Okay, dann lass mal Kreativmodus verlassen mit Aaron. Da musst du auch genug. Ja, das... Nichts egal. Komm, sag. Adam, du kannst drinnen bleiben, wenn du willst. Nein. Du musst raus. Junge. Du bist halt ready. Oh, ich bin jetzt draußen. Äh. Wir sind drinnen. Leul, das ist wie immer nur die Verzögerung. Weil wir das jetzt machen. Nee, weil die spielen wir es noch. Okay, jetzt komm mal. Hier, dann komm mit rein. Oh, jetzt komm mal. Warum gehst du jetzt auf die Nahskopeinsel? Weil wir das jetzt machen. Nein, machen wir nicht. Elios, komm raus. Näh, mach' das. Also, komm, lass' das so. Lass' Soma spielen. Jörgchen, dann lass' was spielen. Nein, machen wir nicht. wirst du mit elias jetzt auch mit noskop battle spielen oder kommst du das auch gerne okay dann bring dich um kappa kebab bei elias dann einmal mit wo ist es mit diesem im spiel angebäuden ich bin es Prozent aber er kann und schlagen und treten Kuschelzeit schämlich Kuschelzeit Chris redet immer wieder Kuschelzeit 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 Stattl ich war ich habe so gesprungen aber ja ja mir geht es eigentlich recht gut ich kann mich jetzt eigentlich derzeit nicht beschweren weiter alle aron legst zu hart jetzt denke ich auch so weit ich in deinem leben kommt nix mann geh bitte weg ich spiel aaron das war ein headshot ich glaube die sich gut schau doch ruhig in stream du leckst so hart bitte geh bitte geh einfach zwei leute jetzt mal ehrlich bitte schreibt bei peter an immer abgabend dass die angeblich sind aber auch sie abhängen die bekannte kärle johann sobald die waren auch nur in unmittelbarer nähe natürlich Kannst du aufhören, uns beide wegzupatapultieren? Nee, tschüss. Verdammt. So inszeniert. Oh. Danke für den Kill. Alter, wie hast du mit Kuba? Okay, komm jetzt gerne wieder. Bitte geh weg. Ah, die Leute will ich ja. Bitte. Das war ich, aber okay. Nee, aber hinter mir war auch. Nein, das war ich. Hinter mir. Du meinst. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dann, was? Ja. Ja. Ja, klar, ja, ja. Wie auch anders. Ja, bitte. Keine gute Erfahrung. Dann, es war das. Nein. Es war ein Junge. Ich habe einfach legs. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Oh, wie schugt. Junge. Können wir bitte eine 1v1-Map machen. Also nicht Zaunus oder so. Ich kann hier wenigstens rasieren. Ich will wenigstens Skill. Ich habe sie. Ich habe sie. 1v1-Map. Komm. Ich bin zum Zeitraum. Ich, äh, eine Ein. Ihr wollt 1v1-Map. Dann kriegt ihr 1v1-Map. Ja, warum bauen wir eine? Okay. Ich nicht. Ah, das war es warm. Ey, können wir mal an meine, ohne die 1-Map? Nee. Nö. 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 Oder machen wir meinen Defo? Nö. 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 Ey, wie heißt dein stream? Sag mal. Meinst du ihn? Ja. Er heißt... Ich... Ich... Ich mach... Ich mach bei ein Turnierbild. Ja. Mach... Der stream heißt Sorkon. Ich hab gesagt, ich mach bei ein Turnieruntergang geben. Mal schauen. Seh nicht. Von 1 Bananen. Leif. Mein Thumbnail ist ein kaputter Controller. Warum? Weil ich den mag. Den hab ich ja aus Hintergrund. Und PC, also das Desktop-Hintergrund. Ach, so. Als würdest du so... Okay, finde ich nicht. Ja, dann gibt doch einfach ein Unterstrich. Nur Abstand Nudeln. Das ist damit. Nudeln. E-i-n-f-a-c-h. Was? Ja. Einfach Unterstrich. Unterstrich. N-u-d-e-l. Nur. Nur. N-u-r. Abstand Nudeln. N-u-r. Abstand Nudeln. Abstand Nudeln. Warum kann ich dich nicht hätten und du mal schauen? Ich kann dir kein Dämmchen geben. Ich kann dir kein Dämmchen geben. Ich kann dir kein Dämmchen geben. Ohh, guck mal. Das kann ihm keiner mitgeben. Er hackt. Er hackt. Kann auch... Der hackt. Der hackt. Ich kann aber auch nichts abbauen. Gar nix. Gucken wir mal starten. Ja. Müssen wir. Warte. aber ich kann auch nicht vor ich kann nicht bauen wir müssen neu starten ich kann schon wieder nicht ich kann nicht wollen können wir bitte alle zurück zu klettern sofort hat sie eine runde zwischen mir und meinem dritt und war bei ich dachte wir machen die dritte jetzt starten des spiels könnte die neu starten ja es gibt oh mein gott ich kann nicht bauen dann hätte ich halt lieber es bringt euch nicht Ihr könnt mich nicht töten. Ja, wir können dich aber einsperren. Du willst die Bestie. Respawn ich heute. Ich glaube wir einsperren. Könntet ihr bitte alle zurück zum Kreativzentrum kommen. Boah, scheiße. Du musst das im Stream anschauen. Nö. Warum? Ich finde den Streamer voll nicht. Kommt, wir gehen in meinen Kopf. Nein. Nein, gehen wir sicher nicht. Ich werde es immer noch mal rein. Ich gehe trotzdem in die Mutter. Komm, wir gehen trotzdem da rein. Nein, die ist hässlich. Kommt einfach mal rein. Kommt einfach mal rein. Nö. Ich bin schon drin. Kommt ihr jetzt bitte. Das muss ich euch verhaften. Ich bin schon drin. Ich bin schon drin. Wetten wir, ich hack jetzt wieder hart. Unter Umführungszeichen. Du seid jetzt alle. Eh dort grad wieder. Wo wir waren. Ja, da ist nur einer von drei dran bei mir. Ja, da sind zwei drin. Ja, bei mir lagts. Kommt richtig. Du bist gespawnt. Richtig, richtig. Ich kann schon wieder nicht spawnen. Ich spawne ja nicht mal mit Waffen. Ich kann euch wieder damage. Ey, was machst du das? Ich kann nichts auch voll, Junge. Wie traurig. Das muss ich mit Waffen, weil die Map nur für zwei Leute sind. Ja, kommt nicht raus. Kommt nicht raus. Nö, ey. Okay. Was verstehst du? Du kannst mir keinen Schaden machen. Ja, könnte... Darf ich wieder raus? Ja. Hallo? Ich würd schon gerne wieder raus. Können wir bitte eine andere Map gehen? Hey, komm! Zettro. Hallo? Ja. Hallo, ich fühl mich so lange. Okay, das ist meine Map jetzt. Ich bin jetzt die andere. Wurde. Jungen. Bad Royal. Oh Gott. Schnell! Einfach lecker. Einfach Nudeln! Was? Ja, komm jetzt mach bereit, Junge. Das bekomm ich noch eh jetzt. Mach nur. Mann, du Kebab! Zieht wir doch. Boah, du bist ein Kebab. das heißt einfach nur nudeln junge hallo einfach unterstrich ich ist einfach unter strich nur abstand nudeln ich habe einfach nudeln einfach nudeln eine wache Ich kann schon wieder nicht... Junge, was hieß das? Das ist ein absoluter Film. Ich kann... Ich schwör, ich kann nicht... Ich kann wieder kein Devil... Der hält doch, Junge. Du hast es eingefällt. Du hast wieder deinen Gott nicht an. Gleich bannst du mich. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich seh dich heute nicht. Hallo. Weil ich dich nicht angreifen kann. Hallo. Ey, du musst doch rausgekommen. Ich kann zwar nicht bohren, aber ja. Warte, los, go. Oh, Chris, ich hab dich gerade gemacht. Oh. Mann ist halt so gemein. Lass doch mal Kreativ-Modus verlassen, bitte. Kreativ-Modus verlassen. Kreativ-Modus verlassen. Oh. Oh. Ich will wirklich dieses Bild haben. Können wir Team spielen? Welches Bild? Hier, seh dich! 20 Abonnenten nach Videos. Wie viele Abos hast du? Punkt, Junge. Punkt, Junge. Ja. Ja. Hab dich! Hab dich! Hast du noch abonniert? Nein. Nö, noch nicht. Nö, noch nicht. Ich will ja eh danach. Ja eh danach. Oder lässt du den Unikat zu oben? Ja, klar. Wenn ich ihn überhaupt oben los, darfst du nicht, sonst krieg ich dir noch etwas leis. Du weißt, was du gewutscht. Was? Du weißt, was du gewutscht. Was? Du weißt, was du gewutscht. Weißt du, was du... Pizza Prada 78. Bam? Das war ein Bruder. Was soll Bam heißen? Was soll Bam heißen? Bam für... Ja, das ist ein altes... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... m m es ist ich will nicht Wollten wir nicht kreativ spielen? Nö, irgendwer Aromold, doch, ähm... Ich mach bei einer Turnierin mit. Video, acht Sekunden, keine Aufrufe. Was? Tiers nach der Runde musst du aufhören. Musst du aufhören? Warum? Tiers auf. Warum? Warum? Hallo? Ich möchte schon eine Antwort. Weil das mal unsere Mutter gesagt hat. Sag, sagst du das auch gerade zu dir? Ja. Was? Meine Mama hat nichts gesagt. Deine Mama hat nichts gesagt. Du bist trash, du bist trash, du bist trash. Ich hab kill. 1, 2, 3, 4, 5. Und? Ich hab ein kill. Aber ich hab ihn gleich tot. Ich hab ein gold. Äh, Lina ist gerade erst einmal. Hier ist ein medkit, komm doch her. Wird schwer. Wo seid ihr? Ich hab ein bugger. Ich hab ein изменigerСkack. Lina ist gar nicht. Besser kannst du es auch. Und noch eine Lina ist es. Das ist ein Lina Mama. Joo. Irgendwern... Aron... 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 holt die wo seid ihr weg ihr müsst ihr noch der runde auf leute das war es mit dem stream ich hoffe er hat euch gefallen in kraner stream nur so zwischendurch der titel hat so irgendwie nicht gepasst daher die zwei irgendwie ihre meinungsstellen geändert haben aber egal ich will noch was sagen zu streamen einfach abonnier eigenwärmung stinkt aber ja abonniert drei leute leute geht es sich ein bisschen schneller na gut leute bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal